Anna Lewandowska, die Frau von Profi-Fußballer Robert Lewandowski, tanzt sehr gerne und das auch noch wirklich gut. Jetzt sehr innig und intim mit diesem Tänzer und da könnte man sich fragen, oh oh, ob Robert da nicht eifersüchtig wird? Aber man kann Entwarnung geben, denn Robert war anwesend bei dem Training und am Ende gab es sogar noch mit allen dreien ein Selfie.